Hallo liebe Freunde der gepflegten Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard Toecker, falls ihr mich nicht kennt, braucht ihr genau genommen das Video auch gar nicht weitergucken. Aber wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann lohnt es sich. Am Donnerstag bin ich nämlich in Dresden, am Freitag bin ich dann in Leipzig, am Samstag in Lübeck und jetzt kommt der Hannemer. Direkt danach ist nämlich der Sonntag und da bin ich in Brandenburg und zwar im Theater in Brandenburg. Und es gibt noch Karten und noch ganz wenige Restkarten, wie wir sozusagen pflegen und ich würde mich total freuen, wenn wir uns sehen an diesen Tagen. Ich wünsche mir ein volles Haus, voller Leipziger, voller Lübecker, voller Brandenburger und voller Dresdner. Bis dann. Ich wünsche mir so. Untertitelung des ZDF, 2020